Wir gehen noch mal ein wenig zu Fafrika. Wir waren in Afrika auf der Nähe vor etwa 4 Jahren. Und dort haben wir einen kleinen Afrikaner getroffen. Er hat geheissen, der Mulu Bumbabtu. Er hat gesagt, geh zurück in die Schweiz und spielt den Schweizer, vor allem in dieser ganzen Länder, das Lied. Es heisst, Give me hope, Johanna. Ihr dürft ruhig ein bisschen afrikanisch tanzen, wenn ihr wollt. Ich tanze vor, ihr könnt auch tanzen. Seitdem kannst du auslanzen. Wichtig afrikanisch ist die Hüftschwürme. Ohlelelelelele, Domba, Domba! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018